Die Scheibe ist aber bei den Gastgebern, Jus zieht das wieder auf und jetzt ist es passiert, Anton Lander mit dem 1 zu 0. Ja, es hat sich angedeutet, 32. Minute, der Gastgeber führt durch einen Rückkehrer. Mit einer Oberkörperverletzung gefehlt und jetzt den muss er natürlich dann machen, da steht er komplett blank, Pachhofener jubelt vorher eigentlich schon, bevor das Tor gefallen ist. War jetzt ein Pass mit der Hand von Pachhofener? Ne, alles gut, sah nur so aus, im ersten Bild hätte mich schon gewundert. Ja, das ist gut abgelegt, Posten von Kneubühler, das haben sie super gespielt. Diesen Konzern auf der anderen Seite, Marcini und er macht's. Das ist natürlich bitter für die Gäste, da hast du die Möglichkeit und Marcini aber so eiskalt zum 2 zu 0. Saison-Tour Nummer 5 und das macht er natürlich dann super hier, der ganz feine Schnipper da, Top-Shelf abgeschlossen. 2 zu 0 für den Meister, da kann Ciaccio nichts machen.